Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Antilopengang, Abbruch, Abbruch. Das letzte Album der Gruppe Anarchie und Alltag erschien im Januar 2017. Ziemlich genau zwei Jahre später kommt nun ihr drittes Album. Abbruch, Abbruch beinhaltet 14 Tracks und keinerlei Features. Das Release kommt über Jochens kleine Plattenfirma und erscheint als CD und auch als Vinyl. Mr. Meta, Charmante Banditen. Der Berliner Bandit meldet sich zurück. Nach zahlreichen EPs ist es endlich an der Zeit für Mr. Metas Debütalbum. Charmante Banditen kommt mit 16 Tracks, Features kommen unter anderem von El Manito und Maho. Das Album kommt über RBK und erscheint als CD und auch als Bundle. Say It, Engelmitte AK-2. Das letzte Album von Say It, Cold Summer erschien im August 2017. Im September 2018 erschien dann noch die EP, Der fresheste Kanake aus ganz Deutschland. Nach seinem Abgang bei Alpha Music Empire kommt nun sein drittes Soloalbum. Engelmitte AK-2 beinhaltet 15 Tracks und ein Feature von Roller. Das Release kommt über Vertigo Berlin und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.